Warum tut denn immer nur die Seite hier so weh? Das ist ja kaum auszuhalten beim Gehen. Auch beim Stehen. Die verdammte... Kennst du das? Der Rücken tut einseitig weh, hier vor allem im Lendenwirrbereich, im unteren Rückenbereich? Wie kommt das zustande? Ja, du musst wissen, dass ich über sieben Jahre lang jeden Tag Haltungs- und Bewegungsanalysen gemacht habe und habe natürlich immer Notizen gemacht. Und daraufhin habe ich Trainingsprogramme erstellt. Und da habe ich extrem viel gelernt, weil ich habe mich natürlich auch immer mit den Menschen unterhalten und dabei konnte ich halt Rückschlüsse ziehen. Und bei einseitigen Rückenschmerzen hatten alle Menschen etwas gemeinsam. Und das ist die Fußstellung beim Gehen und beim Stehen. Und ich erkläre dir auch jetzt erst mal warum und dann zeige ich dir eine Übung, wie du die einseitigen Rückengeschichte beheben kannst, damit es dir wieder besser geht. Dazu muss man aber sagen, einseitige Rückenschmerzen hier rechts oder links, das ist ein Prozess, weil da stimmt die gesamte Körperstabilität beziehungsweise das gesamte Spannungsverhältnis vom gesamten Körper nicht mehr. Und das müssen wir wieder ausgleichen. Aber jetzt mal kurz zurück. Ich habe ja gerade erklärt, dass ich über sieben Jahre hinweg jeden Tag sieben bis zehn Analysen gemacht habe und da eine Gemeinsamkeit herausgefunden habe. Und das sind halt die Füße. Bei einseitigen Rückenschmerzen habe ich die Beobachtung gemacht, dass immer die Füße nach außen gedreht werden. Vor allem auf der Seite, wo der Schmerz auch am deutlichsten ist. Manche haben sogar links und rechts. Nicht in der Mitte von der Wirbelsäule, sondern mehr links oder mehr rechts. So, warum passiert das? Das passiert, wenn zum Beispiel hier die Oberschenkeaußenseite sehr fest ist. Oder aber auch hier dein Schienenbein. Ja, weil du vielleicht irgendeine Ballsportart in der Jugend gespielt hast oder aus Bequemlichkeit immer so stehst. Ja, weil man da so erstmal stabiler steht. Und dann spannst du halt das immer mehr an und das geht nicht mehr zurück, wenn du das immer wiederkehren tust. So, was passiert jetzt, wenn ich meinen Fuß nach außen drehe und mich vielleicht da auch mehr drauf stelle, weil ich ja immer ein dominanteres Bein habe? Da ist jetzt so, wenn der Oberschenkel, also mein Fuß nach außen gedreht wird, wird mein Oberschenkelknochen ja hier auch verdreht, mein Oberschenkel. Siehst du hier bei mir? Ja, das heißt, der Oberschenkelkopf in der Hüftpfanne, der rotiert so nach innen rein. So, wenn ich da jetzt mehr Belastung drauf habe, dann siehst du, was mit meinem Becken passiert. Das verschiebt sich und somit verschiebt sich auch hier alles. Das heißt, die eine Seite wird, ist permanent unter Spannung und das wird immer fester. Gerade, wenn du meinen Thumbnail gesehen hast, da habe ich dir mal, ja, den unteren Rücken, die Rückenfaszie mit eingeblendet und hab's dir da gelb markiert. Der Bereich, der verspannt richtig fest und genau in dem Segment kommt ja der Ich-Hers-Nerv aus der Lendenwirbelsäule raus, aus dem Rückenmarkskanal. Ja, so, und der wird dann gestört und das kann halt dann diese fiesen, heftigen Schmerzen geben. Deswegen ist es wichtig, dass man bei einseitigen Rückenschmerzen die Füße berücksichtigt und die Oberschenkel-Außenseite. Wenn man das tut, dann bekommst du das auch wieder nachhaltig in den Griff, diese Problematik mit dem Rücken, mit diesem einseitigen Rückenschmerz. Und es bringt nichts, da nur immer sich den Rücken anzuschauen und den Rücken zu bearbeiten. Du musst da ganzheitlich rangehen. Und ich zeig dir jetzt eine Übung, mit der du das schaffst. Sie tut richtig, richtig gut und die musst du halt öfters machen. Und zwar ist folgendermaßen, du stellst dich erst mal gerade hin, Fußspitzen zeigen nach vorne. Jetzt spannst du den Oberkörper richtig schön auf, jetzt streckst du ein Bein, also du gehst erst mit dem Bein nach außen, drehst die Fußspitze so weit rein, wie es geht. Jetzt setzt du die Ferse als erstes auf und jetzt den großen Zeh und saugst dich mit dem Fuß richtig rein. Der Fuß ist so weit nach innen gedreht, wie es geht. Der Oberkörper bleibt aber erstmal gerade. So bleibst du stehen, schön aufgespannt. Das rechte Becken, ich habe jetzt mal ein rechtes Bein vorne, lässt du nach vorne mit reingedreht. Und der Oberkörper verdreht sich gegen das Becken. Zwei, dreimal nimmst du die Arme hier nach oben und stehst mit den Armen oben rüber und versuchst aber dein Becken nach vorne zu schieben. Zwei, dreimal, dann kommt das andere Bein. Das Bein bleibt stehen, gestreckt und jetzt hier, zack, erst die Ferse, dann die Zehenspitzen und dann das gleiche hier. Das wird knacksen und knirschen, tut dann aber gut. Immer schön darauf achten, dass du aufgespannt bleibst. Und schön Knie gestreckt halten, ja. Und hier, pam, pam. Ich gehe jetzt mal andersrum, damit du es auch mal von hinten siehst. Erst die Ferse, dann den großen Zeh. Und wichtig, mach die Übung auch barfuß. Dann wirkt halt noch viel, viel besser, ja. Zack. Und dann, wenn du die Übung machst, kann das erstmal natürlich der Bereich, wo du da die Probleme hast, die einseitigen Rückenschmerzen, da kannst du das natürlich erstmal ein bisschen besonders merken. Liegt einfach daran, dass das Feste, dass wir das ja richtig auseinanderziehen. Und dass dein Körper nicht mehr kennt und er erstmal in so ein Schutzmechanismus reingeht und deswegen sich erstmal danach alles wieder ein bisschen mehr zusammenzieht. Das ist aber insbesondere nur nach dem ersten ein, zwei Mal der Fall. Dann hat sich dein Körper daran gewöhnt, weiß, das passiert nichts. Im Gegenteil, du meinst es nur gut mit ihm und dann lässt er das zu. Ja, also das kann passieren. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe noch, da kann ich nichts zu sagen, ob fit, unfit, ob sportlich, nicht sportlich, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Ich habe Profisportler gehabt, die hatten danach extreme Reaktionen von ihrem Körper. Ich habe ältere Menschen gehabt, die haben gar nichts gemerkt. Aber wie gesagt, das hängt mit dem Nervensystem zusammen, kann man nicht genau sagen, warum das bei den einen so ist und bei den anderen so ist. Es ist halt jeder Mensch anders, jeder Mensch individuell. Daran sieht man das. Aber diese Übung wird dir definitiv helfen. Wenn du jetzt noch sagst, ja, ich will dieses Problem endlich loswerden, dann habe ich noch was für dich. Ich habe ein Programm Remove Your Back. Dieses Programm bekommst du für sehr, sehr faires Geld unter 100 Euro. Und das Geniale dabei ist, weil ich habe ja gerade das Individuelle angesprochen, und das wird bei Remove Your Back berücksichtigt. Denn du bekommst Remove Your Back mit einem Testpaket zusammen. Dieses Testpaket ist dafür da, dass du mit meinen Videoanleitungen gewisse Tests machst und dazu eine PDF-Datei ausfüllst. Eine PDF, wo da ganz genau drinsteht, was du da hinschreiben musst. Das füllst du aus und schickst es mir entweder per WhatsApp oder per E-Mail zu. Und aus diesen Informationen erstelle ich dir aus den Übungen von Remove Your Back die Übungen, die du priorisieren solltest, die für dich exakt gerade bestimmt sind. Das habe ich in der Vergangenheit schon sehr oft gemacht. Das kommt richtig gut an und die Menschen haben damit wahnsinnige Erfolge. Also wenn du ein Rückenlein hast, ob das jetzt hier so einseitige Rückenschmerzen sind, ob das hier so Eingeschnürtheitsgefühle sind, hol dir Remove Your Back und du bekommst damit wirklich eine glasklare Anleitung, damit es dir bald besser geht und du wieder mehr Lebensqualität erreichst. Weil, sind wir doch mal ehrlich, es geht nicht darum, Schmerzen wegzubekommen. Das solltest du auch nicht als Ziel haben, weil die Menschen, die das als Ziel haben, die scheitern kläglich. Es geht nicht darum, schmerzfrei zu sein, sondern es geht darum, die Lebensqualität zu erreichen, die du dir wünschst. Die Dinge wieder zu tun, die du vielleicht momentan gar nicht tun kannst. Das ist ein Ziel, wo es sich für lohnt, zu arbeiten und da kann dein Gehirn auch viel besser mit umgehen, als schmerzfrei zu sein. Weil, was ist schmerzfrei? Wenn wir mal auf eine Straße gehen und 100 Leute befragen oder 10 Leute befragen, wird jeder sagen, er hat schon mal Schmerzen gehabt oder hat aktuell Schmerzen. Also, geht davon weg, von diesem komplett schmerzfrei zu sein. Der Körper signalisiert immer irgendwas, weil wir halt jeden Tag unseren Körper extrem belasten. Falsche Ernährung, falsche Essgewohnheiten, falsche Bewegung bzw. gar keine Bewegung und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht noch näher drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall das Thema. Und deswegen, mach was, tu was deinem Körper Gutes und vor allem, nimm dir als Ziel, mehr Lebensqualität zu erreichen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Sonntag. Wir sehen und hören uns bald wieder. Dann Tobias.